Tonpunkte kosten extra. Oh Scheiße. Weißt du, wenn du die Aufnahme siehst, wo ich mich nicht bewegt hab und du auch noch ziehst... Soll Grants sich die letzte Runde? Ne, der war schon gut. Du hast die Heilige geworfen, oder? Du hast mir den ja auch nicht gegeben. Ja, ja, das heißt. Stand auch hinter dir in dem Moment. Ja, ich hab's eh gesehen. Dann hast du mich abgeschossen. Das war Reflex. Das war ich schon. Jetzt muss das auch nicht schlecht reden. Wir haben schon mal standen. Mach die Scheiben, come on! War ein guter King. War ein guter King. Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Anne ist es, sie hat Nils getötet. Ja. Der Yeti ist es. Lobios, hinter dir ist ne Bombe. Entweder entschärfst du die jetzt, oder ich knall dich ab. Warum ist Anne denn ja nicht hier? Oh Scheiße, Anne ist es! Könnte gut sein, weil ne Bombe legt eigentlich immer nur Anne. Oh, ich hab's entschärft! Ich hab's entschärft! Hier! Anne! Oh Gott! Hä, wieso hast du sie nicht mitgenommen? Kann ich die mitnehmen? So, ich hab sie zerstört. Lobios ist es nicht, ich glaub der ist safe. Early ist bei dir. Early bist du? Julia wurde getötet. Julia wurde getötet. Die ganze Zeit und du hast ne. Der liegt auch noch hier. Da Luca. Geht schon da, Grants, nimm dir den Arm! Keine DNA dran! Hey! Beschütz dich Grants, nimm dich jetzt! Wow, was war das? Oh mein Gott! Was war das denn? Oh mein Gott! Märtyler und Early rennt auch noch kurz hin. Ah, wie geil! Oh, was ist denn hier passiert? Ich hab hier nen Chat, da steht's drin. Oh, ich hab mich schon gewohnt, aber was bedeutet das? Ich dachte, du willst mich echt verarschen, Lobi, ey. Wer steht für Märtyler, Grants? Ich dachte, du willst mich jetzt trollen. Ach nee! Du warst Detective, oder, Grants? Ja, ja. Hättest du Early nicht sowieso erschossen? Weil Early ist in den Raum reingegangen und hat gefragt, wer sitzt denn hier? Ich wusste, dass das Anne ist durch das DNA. Ja, ich hätte wahrscheinlich dann Early abgeknallt. Ich hab Anne aber erst zu spät gesehen. Ich hab nur gesehen, da sitzt sie jemand und guckt sie an. Und irgendwann, wo ich Anne lese, wurde es umgenietet. Aber das kam an. Ich wollte anfangen zu singen und dann... Ich hab nur gesagt, oh nö. Oh man, die Runde war mir eigentlich ganz gut. Ich hab relativ viele Leute gekannt. Ich hab Nalo gekillt, das war voll krass. Ach, du hast mich erschossen. Ich hab mich schon gewundert, dass ich so schnell down war, dass ich nicht gekämpft habe. Sehr gut. Sehr gut. Dann wurden mir den Rücken geschossen, feige. Konnte doch nicht sein. Kapuze ist inno. Da war ein Wiegelschuss gerade. Oh, Goro ist schon wieder Detective Trader. Was macht ihr da? Oh. Good Gaming, Good Gaming. Was? Ich glaube, es ist Good Gaming. Da rennt er. Das war meine. Nein, das war meine Schatten. Du hast ihn abgestaubt. Hö, was geht mit der Leiche? Oh, was ist denn los? Also Darl und ich sind safe, Goro. Er hatte glaube ich noch so viel Schwung, dass er gegen die Wand noch gerutscht. Der will da immer noch gegen die Wand. Da kommen sie alle. Oh, da kommen die Mörder. Kommt mal lieber den Detective. Warum? Warum? Wir sind doch hier ein gutes Team. Ja. Vielleicht sind er noch Punkte zu haben. Ne, habe ich schon. Grants? Hast du mich verfolgt übrigens alle? Ja, ich wollte Andy vorverfolgen. Dann töte sie die Kapuze. Okay. Wenn du es nicht bist, dann muss es alle sein, Kapuze. Ich bin es nicht. Ja, dann mach. Ach, das ist Schwachsinn. Du bist ja gar kein Detektiv, du Löwe. Im Herzen. Achso, oder gut. Du Puls, das müssen wir einmal schaffen. Ich schieße erst auf den anderen. Was, 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 was läuft hier? Ha? Hallo. Er hatte glaube ich gerade kurzzeitig die Taube in der Hand. Ja, ich bin vorher auch draufgefallen. Er trifft eh nicht mit der Taube. Anne? Ja? Ich wollte den Dodo befreien. Du solltest ihn nicht wiederbeleben. Du solltest da weggehen. Hey, Goro hat eingekauft. Hey, Dalu. Oh. Oh, oh. Kapuze, rein rein. Komm, bei der Inno ist ja nie der Karma. Alle rein. Sag mal. Dalu, komm mit dir da. Schnell geht alle in die... Wuhuuu. Wenn er doch mal reingeht. Moro, geh auch noch mal in die Flache. Dann willst du doch mehr Kapuze. Hast du gerade geschossen? Nein. Vielleicht nicht mehr hat das vom Server gekriegt. Ich glaube, Anne versucht hier zu kriegen. Außer er ist Traitor. Dann hat er natürlich bei uns gemacht. Wir gehen auf die Anne einfach und Arsch. Die Anne ist es. Ich glaube, Anne ist es. Die zielt da. Die Anne ist es. Wenn sie nichts redet, dass sie sich konzentriert. Sie weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind die Traitor-Wellen. Oh. Die sind verwirrt. Die Anne. Alle auf die Anne. Anne, komm her, passt. Dr. Goldberg. Ich glaube, wie wichtig das Anne ist. Interessant. Hey, Anne. Warte mal, mach den da draußen. Oh, hier ist eine Rechnung. Oder was ist das hier? Eine Rechnung auf 300 Dollar. 300 Dollar. Da muss ich noch begleichen. Ja, das ist die Psychorechnung. Oh mein Gott, hier wird Lobius. Goro. Ich möchte ja nichts sagen. Wir haben eigentliches Julia überführt. Warum? Warum? Julia ist Traitor. Warum? Das ist die einzige Idee, die nicht hier ist. Ey Kapuze Jones. Ja. Wo bist du? Hier bin ich auch. Oh, danke. Das ist, weil ich keinen Bock hab. Ich hab dich auch. Das hat sich ne Friendship wiegt wie deinem ganzen Ruten. Ja, ja. Ja, Okay. Julia, Julia. Hast du denn Lobius schon auf DNA-Spuren untersucht? Vielleicht war es ein Waldverbrechen. Oh Early. He was schon längst tot weg. Ja, aber wie so war Lobius, der noch nicht von Schafen. Nein, Lobius war kompfernd. Bei mir nicht irgendwie. ist da tot oder ist das nur ein fake schreck getötet warum danach dass wir wissen dass es bis die anderen sind sie julia an der ane macht keinen scheiß ich glaube da nur ist wirklich tot leute weiter links geht ich habe ich weiß aber was ist damit wer hat der fuß runter mit der kapuze ja nicht so schnell mit dem sterben und dann flog sogar noch die leiche an die war einfach weiter das war tagteam action wer hat er eigentlich gekillt das habe ich gar nicht gesehen Lobius 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 lass doch nicht von Gaming töten das war ein nötiges Opfer er ist zurück oh nein I'll be back geh mal kurz weg Lobius ich will mal was testen er will nicht umbrechen der ist ne Falle du kannst doch nicht die neuen Leute verarschen Lobius Lobius hast du da am Boden auch diesen Pixelfehler Komm Lobius wir tauschen warten Good Gaming ist grad einkaufen gewesen ja ich muss kurz was am Handy ist ja das sagt der immer wenn der Traitor ist Ohne Scheiß weil er sich dann wieder aufregt wenn er erschossen wird ja ja wo ist er wo ist er wo ist er Good Gaming ich verfolge ihn jetzt bis ins Ende oh haut ab ja ok Goro bitte melde dich und abgad die Nachricht bekommen was sagt man doch nicht das ist das ist wirklich so eine Situation da kann man jetzt gar nichts drauf sagen natürlich ist das blöd ja warum nein es war ein schlechter Scherz bei sowas macht man keine Wätze tut mir leid war es jetzt ein Scherz oder war es jetzt es war ein Scherz was hat er gesagt dass der Arne ins Krankenhaus bringen wird einer hat irgendwie eine Chance das ist eigentlich nicht meine Oma vom Alter her oder vom Aussehen her meinst du das habe ich nicht gesagt mhm ha ha ja wir haben aber kein Metall ist natürlich doof Horshi ist nicht dabei ja bleibt der Early Boy kurz stehen und guckt mit Schaufeln da interessierst du dich für Damen und Wäsche ich wollte wissen was da Lobius hinter dir liegt ne Leiche und die ist nicht confirmed nein nein warte mal kurz ist mal hier DNA von Goro's Leiche nehmen ja sag mir bitte dann Lobius Lobius ist es er hat Goro gekillt ich hab DNA ich hab extra die DNA Scanner an Dalu gegeben DNA du hast gar keine DNA zeig dir DNA wie soll er das denn dir zeigen doch er schießt doch doch wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn haben ihn oh nein oh au au okay er wurde zwar in die Ecke getrieben mit falschen Beweisen aber er hat geschossen er hat geschossen er hat geschossen er hat geschossen er wurde auch verletzt es wurde übrigens ne Heilige geworfen er hat für mich unter unserem Druck nicht stammt gehalten er hat für mich unter unserem Druck nicht stammt gehalten Detective er hat zuerst geschossen er hat zuerst geschossen er hat kaputt er ist kaputt zu übrigens warum soll ich sein weil der Heilige wirft Julia nicht ich hab keine Heilige geworfen Heilige werfe ich das öfter ich bin in der Kaffeebar die ganze Zeit ich bin in der Kaffeebar die ganze Zeit ah weil er wen mit der Traitorfalle töten will alles klar nein ich ich ach komm als würde ich das schlafen da ist er da ist er wo bin ich ich bin in der Kaffeebar ich wollte mal gucken ob du nicht umguckst nein ich bin in der Kaffeebar ich beobachte dich Kapuze Kapuze ist in der Gaebar Kapuze ist in der Gaebar ich bin in der Kaffeebar oh ich versteck mich hier jetzt warum hast'n Radar weißt du dass er lange hat oh! das ist mit dir falsch ich habe alle nach nem weg gemacht ich weiß nicht alter hast' ich dich getroffen ich bin es nicht ich wollte gerade in die Bar rennen ja und dann kommst du mir ist das verboten der Kapuze redet auch nicht ja und ich dachte da hätte die Kapuze gegen dir erschossen ich bin hier redet ich 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 redet hier Hier wollte ich lang, ich hab mich nämlich verlaufen. Stammig? Julia? Ja. Uh. Drück doch. Da kommst du wieder. Da hab ich schon wieder mein Leben gefangen. Ich hab extra noch weggedreht, die Maus. Ich hab auch nur mit einer Kugel getroffen. Halt, warte mal. Kapuze und Julia sind bei mir, also ein Traitor ist auf jeden Fall. Ja, Kapuze und Julia, wieso duelliert ihr euch denn nicht? Ihr könnt euch duellieren. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, halt mal so fest, hier ist sie. Was ist denn da Kapuze? Ja, und die Kapuze ist bei mir. Wo ist das? Wo seid ihr, Nils? Da? Ja, 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 ja. Alles klar, damit wär's auch nicht klar. Ja, das war jetzt nicht ich. Unter Absicht war's auch keine. Also Nils, oder? Das war Julia, ne? Ja. Das ist Nils. Komisch, dass Julia hinter euch war. Julia, du spielst heute auch gar nicht mit. Du musst mehr lügen. Damit man grundlos Leute erschießt. Ich bin doch ein ehrlicher Mann. Da hinten rennt der Lümmel. Oh, Baby! Ach, nein! Da! Oh, Vendetta, ey! Wo sieht man da? Julia, Marit! Oh, nein, nicht Julia. Kapuze! Ja? Wo bist du? Julia. Treff' uns im Tissou Shop. Komm, wir treffen uns im Tissou Shop. Okay, das ist gut. Warte, 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 warte. Aber ich bin... Woa, ne Lange! Yoho, it's over! Da hat der Juggernaut gar nichts gebracht. Da ballert er mir in den Rücken, ey. Du hast aber immer so'n Schlenker nach rechts gemacht. Die ganze Schrotladung, ey. Alter, was war los mit dir? Grants, eh. Grants, eh. Grants, eh. Grants, eh. Ne, ne, er steht hinter mir. Und ich... Das war Montezumaßnachel. Kapuze. Grants' fate ist das einzige. Ich dachte, das Baby geht straight bis ans Ende der Map eigentlich. durch die wand auch hat schon eine flugbahn ist ja auch nicht rund also schlag mal das baby du musstest aus einem anderen traitor zu werfen der gerade mit dem sparten kick trifft dann geht das auch durch alle wenn ich sterbe ist es da es explodiert einfach schnell mal nils töten nicht dass er es versuchen will auf geht's ab geht's drei tage knast das hat er denn gemacht oh man kann doch von innen aufmachen was aber beschissen ich bin ja auch der detektiv schlechtes gefägnis das nur zum spiel lobios und das kann der taube das kann man ihm kaufen goro wie oft bist du eigentlich heute detektiv ich weiß nicht miss off nein da war da hier hat einer den dingens benutzt den ghost wie heißt er denn nochmal aber ich war bei goro nein nein das ist das item was objekte weg schießt ah den poltergeist poltergeist eigentlich schon aber ich war bei goro und dann ist es early early ist frei zum abfluss early ist frei zum abfluss wir machen mehrheitsabstimmung fünf leute reichen für ein jahr wer ist für ein jahr da sind fünf leute kaputze wir haben hier mehrheit auf dem schiff early 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 lobios hat geschossen early oh sorry ich konnte mich nicht beherrschen ich sehe dich early kaputze dallo 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 du wolltest mich mördern kaputze das vergangen alle haben doch 44 hp wegen dir sei froh dass du noch 44 hp sei froh dass du noch 44 hp hier jetzt kriege ich dich mit der brand hier vendetta hier hier wir platzen beide nein du hast du hast achtung es brennt und dann ein hp dann muss doch nicht die hast du doch nicht aus wir haben ja nur ein bisschen gerangelt kaputze ich bin detektiv gib mir deine waffe wir wurden ein bisschen gerangelt early dann nehmst du noch early das heißt early das heißt 800 km da ist 1 hp tu nicht vergitt das nicht ja du genau oh der lobios ist auch noch hier der lobios der lobios oh da sind mir zu viele leute da kommt noch jemand da packt er aus der kaputze was ist denn jetzt mit dem dn ass genau dn ass genau oh oh nils hat eine granade jones oh 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 es war eine smoke wer ist es rettel die krone was war mit u 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 Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Erli! Und da kommt die Brand! Da kommt wirklich ne Brand! Das ist ne Smoke! Wenn du versuchst auf mich zu schießen, töte ich dich, das weißt du, ne? Erli, ist das von dir ne Drohung, dass du auf mich schießen wirst, sobald du mich siehst. Komm her, komm her! Sag mal ja oder nein, Erli! Ja, ich wollte gucken, ob der Erli fehlt. Aha, da versteckt er sich auf dem Darm. Was willst du hier? Wenn er hier rauskommt, schlag ich ihn nicht mal. Er hat das Klopapier gepaltet, um zu vertuschen. Was ist denn das? Ich hab schon Angst. Das Klopapier gepaltet. Erli ist tot. Er steht hier hinten. Oh ne. Hat der Erli jetzt kaputt gehauen. Das kommt schon von, wenn man am Stammklo geht. Ich hab mich verschaut. Bringst du Erli zu mir? Ja. Hallo, hallo. Erli ist tot. Ist er tot? Erli ist tot anscheinend. Erli ist tot. Erli ist tot. Er läuft. Erli ist tot. Erli ist tot. Erli ist tot. Erli hat auf ihn geschossen. Erli hat auf ihn geschossen. Erli hat auf ihn geschossen. Alles klar, jetzt ist Erli auch noch tot. Ja, ich hab ihn gekillt, weil er hat einfach Nils gekillt. Also es ist Anne. Anne ist da. Soll ich auf sie schießen? Ja, ja. Mach das Ding klar. Ich schlag sie, ich schlag sie. Ich hab sie gesehen, aber du machst das... Du bist mein einziger Zeuge kaputt. Ihr solltet nicht zusammenarbeiten, weil einer von euch beiden Traitor ist. Warum ist es nicht Julia oder Lobius? Julia ist tot. Und Lobius ist auch Traitor. Ja, genau. Lobius, du weißt, dass du es bist. Lobius auf jeden Fall. Das bezweifelt mich. Ich nicht. Grants nehmen sie Platz. Sie ist unsichtbar, Anne ist es, Leute. Sagen wir, wer deine Kollegen sind. Sie ist vor mir. Ach Gott, setz sie erst mal richtig hin, Mann. Anne, wir hatten unsichtbar cats. Okay, so. Alles klar, Grants. Mit wem haben sie heute dieses Schiff besucht? Da, da ist die Anne. Oh, Anne tot. Alles klar. Was, ich weiß nicht? Nein, Grants. Ja, Goro Fade. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.